Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, hat der Einbau meiner Wärmepumpe bereits begonnen. Großes Chaos im Garten und im Haus. Aber ich hatte euch ja noch versprochen, einige Berechnungen zum Stromverbrauch vorzustellen. Und genau das machen wir heute. Der Stromverbrauch ist natürlich extrem wichtig für eine Wärmepumpe. Sowohl natürlich, damit man hinterher nicht die Überraschung erlebt und plötzlich ein wirtschaftliches Desaster vorfindet, wie man das häufig mal liest und gleichzeitig natürlich auch für die CO2-Bilanz. Weil wenn man zu viel Strom verbraucht, wir haben ja noch nicht 100% Ökostrom überall, dann bringt das auch nicht besonders viel. Also, heute geht es darum, dass ich auf verschiedene Weise versucht habe vorzuberechnen, wie viel Strom meine Wärmepumpe verbrauchen wird. Also eine ganz einfache Betrachtung wäre natürlich, mein bisheriger Gasverbrauch betrug 19.500 Kilowattstunden. Dann hat die Wärmepumpe einen Scop von 4,5. Das heißt, ich würde das hebeln und bräuchte nur noch 4.333 Kilowattstunden. Aber da sind natürlich einige Fehler drin. Ich habe einen Warmwasseranteil. Man weiß nie, wie das Wetter eigentlich wird. Und mein heutiges Video ist sicherlich eine Annäherung und keine Bibel, aber ich hoffe für euch trotzdem interessant. Vier Faktoren spielen die wesentliche Rolle bei dieser Berechnung. Zum einen natürlich die Temperaturkurve. Also logisch, im Winter ist es kalt, im Sommer ist es heiß. Und daraus ergibt sich je nach Monat, je nach Jahreszeit ein unterschiedlicher Heizbedarf. Das zweite ist, welcher Energiebedarf resultiert daraus? Die Wärmepumpe arbeitet ja auch bei unterschiedlichen Temperaturen unterschiedlich effizient. Leider natürlich im Winter nicht so effizient. Und im Sommer, wenn man es am wenigsten braucht, am effizientesten. Der Energiebedarf hängt natürlich auch ab von meinem individuellen Bedürfnis. Wie warm möchte ich es drinnen haben? Und dann spielt für mich natürlich die Rolle, wie viel Strom brauche ich und woher kommt der? Ich habe ja eine PV-Anlage. Also wie viel Überschuss habe ich noch zur Verfügung, um ihn für die Wärmepumpe zu verwenden? Naja, und der vierte Faktor ist dann natürlich der Preis vom Strom. Sowohl von dem, was ich als Einspeisevergütung bekommen würde für meine PV-Anlage, als auch der Preis für den Strom, den ich aus dem Netz beziehe. Ich mache es mir mal ein bisschen gemütlich, um euch diese Berechnungen vorzustellen. Bei den Berechnungen selbst habe ich es mir allerdings nicht einfach gemacht und nicht bequem. Ich habe drei verschiedene Berechnungsweisen gewählt, damit wir ein bisschen einen Überblick über die Varianz haben. Was bei allen drei Berechnungsmethoden gleich bleiben wird, ist der Heizbedarf. Man kann eine einfache Klimatabelle für Konstanz im Internet finden. Da sieht man, dass wir hier im Schnitt Durchschnittstemperaturen von 0 Grad im Winter und 20 Grad im Sommer haben. Und im Januar und Februar ist es am kältesten. Und von April bis Oktober hat es im Schnitt über 10 Grad. Hier sieht man es ein bisschen genauer in einer Jahresdurchschnittstemperaturkurve. Aber was heißt das nun wirklich für den Heizbedarf? Dafür gibt es eine Tabelle mit Heiztagen. Die Basis dafür ist, dass man eine Heizgrenztemperatur von 15 Grad annimmt, bei der man anfängt zu heizen und eine Innentemperatur von 20 Grad. Was bei mir gut hinhaut, wir hatten, glaube ich, letztes Jahr höchstens 20 im Wohnzimmer und an allen anderen Räumen weniger. Und in dieser Tabelle für Heiztage sieht man jetzt für jeden Monat, wie viele Tage man heizen müsste. Also zum Beispiel im Januar 31 Tage und im Juni 6 Tage. Dann gibt es noch die Grad-Tagzahl und die addiert dabei auf, wie viel Grad im jeweiligen Monat zugeheizt werden muss. Also im Januar zum Beispiel, wenn man alle 31 Tage zusammennimmt, dann muss 579 Grad zugeheizt werden, um jeden Tag und zu jeder Zeit auf diese 20 Grad zu kommen. Und ja, klar, im Juni, Juli, August heizen wir natürlich sowieso auf keinen Fall. Aber auch da gibt es natürlich Tageszeiten, wo es ab und zu mal kalt wird. Ich werde auf jeden Fall mal später, wenn ich den Heizbedarf übers Jahr verteile, das so annehmen, die Verteilung der Energie, wie es hier bei diesen Grad-Tagzahlen angegeben ist. Bei der ersten Rechnung nehme ich mal die Simulationsberechnung, die Lambda selber anbietet. Das ist ein Excel-Tool und da habe ich zwei Möglichkeiten. Nämlich zum ersten Mal nach dem bisherigen Verbrauch meiner Heizung und beim zweiten Mal nach der errechneten Heizlast meines Gebäudes. Bei der ersten Methode gebe ich jetzt ein, ich hatte einen Gasverbrauch von 19.500 Kilowattstunden über die letzten Jahre, immer so ungefähr. Im letzten Jahr war es deutlich weniger, wahrscheinlich durch Einsparungen und durch einen milden Winter hatten wir tatsächlich mal nur 17.000. Aber ich habe einfach trotzdem die 19.500 angenommen. Da ist allerdings Kochen auch mit drin und das Warmwasser ist mit drin. Und die neuen Heizkörper werden was ändern. Und wir haben nicht wirklich minus 9 Grad, wie hier in diesen Modellrechnungen angegeben. Das ist die für Konstanz anzusetzende Temperatur, die in Wirklichkeit, wie hier zu sehen ist, nur an 15,1 Stunden durchschnittlich im Jahr erreicht wird. Also wie immer viele, viele Faktoren, die weich sind, sind da mit drin. Wir geben an, dass der Heizkörper mit 55 Grad Vorlauftemperatur gefahren wird. Also ich habe keine Fußbodenheizung, da wäre es deutlich niedriger. Und der Scope von der Lambda EU13L wird hier mit 4,34 angegeben. Dann ergibt sich aus dieser Berechnung ein Gesamtjahresverbrauch von 4.013 Kilowattstunden. Wenn ihr das mal vergleicht mit den 4.333 Kilowattstunden aus meiner einfachen Berechnung vorhin, gar nicht so übel. Die zweite Möglichkeit, es zu berechnen, ist nach Heizlast. Da hat mir der Carsten Herbert eine raumweise Heizlastberechnung für mein Haus gemacht. Und diese Berechnung ergab unter neuen Bedingungen, also mit den neuen Heizkörpern, eine Heizlast von 11 Kilowatt. Und der Rest in dieser Tabelle bleibt komplett gleich. Und dann kommt ein Gesamtjahresverbrauch von 5.256 Kilowattstunden raus. Also doch einiges mehr. Woran liegt das? Naja, wahrscheinlich daran, dass diese theoretisch berechnete Heizlast normalerweise nicht unbedingt eintritt, wenn man sparsam ist wie ich. Und wenn es vielleicht gar nicht so kalt ist, wie in diesen Heizlastberechnungen immer angenommen. Man kann die Heizlast auch, wie hier in diesem Online-Tool, aus dem bisherigen Verbrauch errechnen. Und dann kommt man auf eine Heizlast von 7,3. Also deutlich niedriger. Und wenn ich die hier einsetze, dann komme ich auf einen Energieverbrauch von 3.809 Kilowattstunden. Die dritte Methode ist die komplizierteste. Da habe ich die alten Heizverbrauchsdaten genommen, also die 19.500 Kilowattstunden, habe mit einem Wirkungsgrad von 90 Prozent gerechnet, dass daraus also 17.550 Kilowattstunden Energie entstehen. Dann habe ich das Kopffeld der Lambda-Wärmepumpe genommen. Also es ist ja nicht ein einziger Wert, sondern für verschiedene Temperaturen gibt es verschiedene Effizienzgrade. Und das habe ich praktisch auf die Temperatur in den jeweiligen Monaten runtergerechnet, sodass in jedem Monat eine unterschiedliche Effizienz der Wärmepumpe vorherrscht. Und habe vorher noch die Energiemenge über die Grad-Tagzahlen aufs Jahr verteilt. Und jetzt kommt praktisch ein Energieverbrauch pro Monat heraus. Und wenn man die zusammenzählt, komme ich auf einen Gesamtjahresverbrauch von 3.650 Kilowattstunden. Also eher wieder so wie bei dem vorhin aus der Heizlast berechneten Verbrauch. Wir haben jetzt also folgende Ergebnisse. Die Milchmädchenrechnung mit 4.333 Kilowattstunden. Die Simulation von Lambda nach Verbrauch mit 4.013 Kilowattstunden. Die Simulation von Lambda nach Heizlast mit 5.256 Kilowattstunden. Wenn man sie korrigiert, kommt man bei 3.809 raus. Und meine eigene Berechnung mit dem Skopfeld von 3.650 Kilowattstunden. Also eine relativ große Range zwischen 3.650 und 5.250. Und ein Mittel aus diesen Zahlen wären 4.200 Kilowattstunden. Und ich gehe jetzt mal im weiteren Verlauf einfach mal von 4.500 Kilowattstunden pro Jahr aus. Weil jetzt geht es ja darum, wie viel von dieser Energie kann ich aus meiner eigenen PV-Anlage abdecken und wie viel muss ich wirklich aus dem Netz beziehen. Alle Energie, die weder ins Auto noch in den Haushalt wandert noch in den Speicher und dann verbraucht wird, geht als Überschuss ins Netz. Und dieser PV-Überschuss variiert natürlich. Im letzten Juni war es ein Megawattstunden Überschuss. Da konnte ich gar nicht so viel fahren und verbrauchen, wie die Sonne geschieden hat. Im Januar 2022 gab es immerhin noch 312 Kilowattstunden. Damals hatte ich allerdings noch keine Batterie. Das heißt, konnte diesen Anteil noch nicht nutzen. Generell gibt es im Februar erstaunlich viel Überschuss noch. Und sagen wir mal, November, Dezember und Januar sind eigentlich eher so die Sorgenkinder. Und das ist natürlich genau die Zeit, in der die Wärmepumpe viel Strom braucht. So, das hier ist die Kurve des Überschusses von 2021. Da hatte ich noch keinen Batteriespeicher. Und das hier ist die Kurve von August 2022 bis August 2023, in der ich durchgehend schon meinen Batteriespeicher hatte. Ich habe die jetzt einfach mal angenommen, diese Zahlen. Und das ist wirklich nur ein ungefährer Wert. Aber er ist immerhin irgendwie irgendwo nah an der Realität. So, und das Ergebnis von dieser relativ komplizierten Berechnung ist, von meinem Gesamtbedarf 4.500 Kilowattstunden könnte ich oder hätte ich im letzten Jahr 1.451,52 Kilowattstunden aus PV-Überschüssen noch decken können. Und 3.049,80 Kilowattstunden hätte ich aus dem Netz beziehen müssen. Und jetzt kommt es natürlich entscheidend darauf an, was kostet Strom und auch was kostet Gas, um zu schauen, wie wirtschaftlich diese Wärmepumpe jetzt für mich sein kann. Also am einfachsten ist es natürlich mit dem PV-Strom. Den setze ich einfach mit meinen Opportunitätskosten von 11 Cent pro Kilowattstunde an. Dann kostet mich dieser Anteil knapp 160 Euro. Beim Netzstrom gibt es natürlich große Unterschiede. Ich beziehe ihn im Moment mit meinem Stromvertrag für 52 Cent pro Kilowattstunde. Der durchschnittliche Strompreis beträgt derzeit im September 2023 46,27 Cent. Und natürlich gibt es auch Discounter auf den Portalen. Da kriegt man die Kilowattstunde jetzt auch schon um die 30 Cent. Beim Gaspreis gibt es ebenso Unterschiede. Mein aktueller Gaspreis liegt bei 18 Cent pro Kilowattstunde. Der Deckel hat ihn auf 12 Cent gesenkt. Und auch hier bei den Portalen kann man auch schon die Kilowattstunde für 9 Cent bekommen. Also gibt es ganz unterschiedliche Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Bei meinen aktuellen, also teuren Tarifen, sowohl für Strom als auch für Gas, würde ich mehr als die Hälfte der Kosten für die Heizung einsparen, nämlich 1764 Euro im Jahr. Wenn ich die Durchschnittspreise annehme, liegen meine Einsparungen immerhin noch bei 769 Euro im Jahr. Natürlich deutlich weniger. Und wenn ich die Discountpreise für Strom und Gas annehme, komme ich auf eine Einsparung von 680 Euro im Jahr. Und ja, natürlich hat auch die Photovoltaikanlage mal Geld gekostet. Deshalb habe ich es hier auch nochmal ohne Photovoltaikanteil ausgerechnet. Und damit liegt die Ersparnis immer noch zwischen 400 und 1.169 Euro. Und damit kommen wir zum Fazit. Und dafür mache ich mir sogar die Hose hier dreckig. Eine Wärmepumpe ist energetisch bei mir sinnvoll und spart CO2. Die wirtschaftliche Betrachtung hängt sehr davon ab, wie der Strompreis und der Gaspreis sich jeweils entwickeln. Eins ist für mich sicher. Die Zahlen werden nie so sein, wie ich sie gerade ausgerechnet habe. Naja, und jetzt will man immer eine Amortisationsberechnung machen. Das ist so ein bisschen so sinnvoll, wie wenn man einen Dacia gegen einen BMW tauscht und dann nach der Amortisation fragt. Aber ich mache trotzdem eine Berechnung für euch und jeder kann sich ja seine eigene machen. Hätte ich jetzt meine 22 Jahre alte Gasheizung demnächst durch eine neue Gasbrennwerttherme ersetzt, dann hat mir mein Installateur eine Hausnummer von 15.000 bis 18.000 Euro dafür genannt. Also das ist gar nicht mehr so günstig, wie viele gedacht haben. Und mein Eigenanteil für die Wärmepumpe und so weiter, der sollte ungefähr bei 25.000 bis 27.000 Euro nach Abzug der Zuschüsse sein. Das heißt, wir sprechen über Mehrkosten von circa 10.000 Euro. Sagen wir mal einfach, die Wärmepumpe kostet mich ungefähr 10.000 Euro mehr, als mich der Ersatz einer Gasbrennwerttherme kosten würde. Nehmen wir jetzt den günstigsten Fall meiner Berechnung von vorhin an, dann würde sich das in ungefähr sechs Jahren amortisieren und im ungünstigsten wären es ungefähr 15 Jahre. Das kann durchaus der Lebenszeit einer Wärmepumpe entsprechen, wobei man auch sagen muss, ich habe dann neue Heizkörper, eine komplette Installation und so weiter. Wahrscheinlich ist die dann auch nicht kaputt, sondern man muss den Kompressor vielleicht reparieren oder an der Elektronik was reparieren. Also man hat hinterher nicht wieder 45.000 Kosten, meiner Meinung nach, sondern man hat Dinge, die auch diese Zeit über dauern werden, wie zum Beispiel natürlich auch die neuen Heizkörper im Haus. Was mir klar ist, ist natürlich, wenn man 10.000 Euro 15 Jahre lang in Aktien anlegt, hat man hinterher mehr davon. Aber ich würde mal für mich sagen, dank der Zuschüsse, für mich ist es eine erträgliche oder im günstigsten Fall auch positive Maßnahme. Und vor allem ist es natürlich eine Investition in ein CO2-freies Leben, die nicht wirtschaftlich so unmöglich erscheint, wie sie manchmal gesehen wird. In meinem speziellen Fall. Ich hoffe, ihr könnt mit diesen Betrachtungen was anfangen. Lasst mir unbedingt ein Like da, abonniert meinen Kanal, das wäre ganz, ganz lieb. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dizelde. Bis dahin, euer Dizelde. Bis zum nächsten Mal.